Gute Nachrichten! Fred wird jetzt noch besser und nützlicher. Wie das geht? Indem wir die Zusammenarbeit noch einfacher machen. Ab sofort können Sie im Presenius Intranet ganz einfach in Projekt-, Team- oder Themenräumen zusammenarbeiten. Und zwar mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in allen Regionen weltweit. Unabhängig von Ihrem Standort oder Unternehmensbereich. Einfach einen Raum anlegen, Vorlage auswählen und los geht's! Kein Antrag, keine Kosten. Tauschen Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in geschützten Räumen zu Projekten aus, sammeln und teilen Sie wichtige Infos für Ihr Team und arbeiten Sie gemeinsam an Themen, die Sie alle bewegen. In Ihren Räumen sehen Sie, woran die Kolleginnen und Kollegen gerade arbeiten. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie suchen lieber das persönliche Gespräch? Doch wo sitzt noch gleich die Kollegin? Und wie erreichen Sie den Kollegen? Kein Problem! Fred hilft Ihnen bei der Suche. Und dabei mit wenigen Klicks Ihr Profil auszufüllen. Dann werden Sie von anderen gefunden. Und Sie finden Ihre Kolleginnen und Kollegen. Zusammenarbeiten bei Fresenius war noch nie so einfach. Jetzt Profil ausfüllen und loslegen.